Hallo meine Freunde, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ich hab gar nichts gemacht. Wieder mit einem neuen Video am Start. Heute geht nach sehr langer Zeit, nach sehr langer Zeit, mal wieder eine Runde, erkenne die Ligen gespielt. Diesmal haben wir auch eine wilde Bestrafung, die werden wir aber erst am Ende sehen. Auf jeden Fall unser Moderator, Sani McMahni in The House, ja, DJ, alles auf einmal. Immer noch der Hokage der 8. Generation, ja. Irgendein Mokage, Lokage. Guck mal, liest uns die Lines vor. Nein. Oh Manni, Gott, der zieht es mir gut. Ich bin schon ready. Geht's los? Ja. Es geht 1 für das Manni, 2 für die Show. A, Summer Jam. B, Jesus. Du meinst Jesus? Oder C? Meinst du Jesus? Ja, sag mal Jesus. Das war gerade Absehen. Ich dachte gerade, er ist Jesus. Das war gerade Absehen. Ist Aufsicht. Absicht. Oder C, Schindi. Schindi. Welches Lied? 1, 2, 3. Es hat lange Zeit... Ich hab noch keinen Ring am Finger. Bitte mich nicht... Ich sagte, wenn ich will, f*** ich rappe es auf die Knochen, wenn ich will. A... Das sind nicht mehr Rhymes. Sandra. Sandra? Sandra. Ach so, ich hab Sandra verstanden. Entschuldigung. Sandra, Sandra. Ja, ja, Sandra. Sandra. Sandra! Oh, yeah. B, Bones MC. Oder C, Ravka Mora. Boah, asozial. Ehrlich, bevor ich jetzt immer nachdenke, ich hätte eigentlich am Anfang direkt Samra gesagt. Das passt voll zu Samra, aber warum den Zahnem zwei, die fast dieselben Alben immer zusammen machen, in ein B und C? Das hab ich grad auch gedacht. Ich hab gar nicht gedacht. Vielleicht, was? Ich hab gar nicht gedacht. Ich hab gar nicht gedacht. Ach so. Okay. Ach so. Okay. Okay. Das hilft mir jetzt auch, wenn ich die weiter hab. Facts. Samra, ich hab gesagt, ich f*** euch alle, wenn ich will, hab ich gesagt. Oder wie war das nochmal? So, ja, ist egal. Ich hab gesagt, f*** euch alle, wenn ich will. Nein. Hey, du bist einfach 1 zu 1 wie Samra. Nein, das war falsch. Sandra. Warum? Rav. Rav wird das... Doch, Rav. Ist ja Rav. Ja, Rav ist lustig. Hätte ich nie im Leben gewusst. Rav, Kamer, Rav. Das heißt, Rav, Kamer, Rav, was ich will. 1,1. Aargh. Entschuldigung, Schulz. So, nächstes. Heute schneit es 100 Gramm. A. Oh, hab, Bruder, was ist denn das? Miami, Yessi. B. 187 Straßenbande. Oder C. Summer Jam. Aargh. Mach die nochmal nach, so. Was? Heute, ich hab keine Ahnung, heute schneit es 100 Gramm. Mach die mal nach wie die Rapper. Rap das mal. Heute schneit es... Das klingt nach 1... Heute schneit es auch 100 Gramm. Das war 187, oder? Nein, das ist nicht Miami Yessin. Deswegen sag ich, es ist Miami Yessin. Wie wird Miami Yessin das denn machen? Weiß ich, aber ich sag, es ist Miami Yessin. Nein. Okay, dann hab ich Pech gehabt. Du bist dran. Also ich hab noch die Auswahl zwischen 187 und... Summer Jam. Summer Jam. Summer Jam? Ja. Krass. Summer Jam, ähm... Summer Jam, Tamam, Tamam. Lack das 100 Gramm. Ah! Hochgeschneit das 100 Gramm. Hahahaha. Ich hab dir gesagt, rapp die mal nach. Ja, aber wie soll ich das... Nächstes Lied. Jetzt kostet mein Auto wie ein Einfamilienhaus. Hab ich schon gehört. Mero, Enno oder Casey? Mero. Jetzt kostet mein Auto wie ein Einfamilienhaus. Das macht keinen Sinn. Äh... Grün. Jetzt kostet mein Auto wie ein Einfamilienhaus. Macht auch keinen Sinn. Wer war das heute? Mero, Enno oder Casey? Sie haben mich ausgelacht. Jetzt kostet mein Auto wie ein Einfamilienhaus. Ich hab doch schon mal gehört, aber von keinem von denen. Casey. Richtig. Aaaaah! Was war's? Quarterback. 3-1 für mich und zu deinen Einfamilienhaus. Ja, ich hab's mitgekriegt. Tamam, Tamam. Bis zum Höhepunkt, als wär's der Himalaya. Bis zum Höhepunkt, als wär's der Himalaya. Ferro. Bowser. Yoshimitsu. Maxwell. Ja, die einen Satz haben bestimmt alle drei gesagt. Aber ich weiß, was du meinst. Das Lied von denen, ja. Das ist glaub ich das Dschungelied, was du letztes Mal hast. Das weißt du noch? Was war das letzte? AZ. 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 Ja, ich sag AZ. Ja. Falsch. Wieso hast du AZ gesagt? Ich weiß, ich hab das Gefühl, das passt zu dem. Warum hast du es hier nicht mal wieder lautstark umgestellt? Weil ich von keinen den Dreien das Lied gehört haben kann. 2.000 Jahre später. Hab ich so gemacht? Ja. Ja, auf Kamera. Deswegen lass mich doch einfach falsch liegen, mach dein Denken und gut ist. Guck mal, wie sauer der ist, wenn er verliert. Nein, darum, es geht nicht ums Verlieren, Bruder. Es geht nicht darum, es geht darum, lass mich doch einfach in Frieden, wenn ich verkacke. Aber warum bin ich gerade so sauer? Ich hab das gleiche wie du gemacht. Aber ich hab das gleiche wie du gerade gemacht. Deutsch beim DNA-Set ist ziemlich weit weg. Deswegen Leute, jetzt wisst ihr endlich, warum ich bei Adam und Chris immer extra verliere. Weil der sonst so sauer wird, man kann nicht auf dem spielen. Spiel weiter. Ja, spiel mal weiter. Es ist ja noch nicht vorbei. Spiel mal, Bruder, das Video. Guck mal bitte, wie lang es ist. Toi, so alles. Spiel doch weiter, Bruder. Spiel doch einfach weiter, Bruder. Spiel doch einfach weiter, bitte. Junge, 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 Alter. 2.000 Jahre später. Ferro. Auch nicht. Scheiße. Wie kommst du auf Ferro? Ey, so hab ich gar nicht gemacht. Ja, ja. Wieso hast du A-Z gesagt? Ich weiß, ich hab das Gefühl, das passt zu dem. Warum hast du es denn hier nicht mal wieder lautstark umgestellt? Weil ich von keinen den Dreien das nicht gehört haben kann. War, was hab ich gemacht? Weiter. Auf Koran, ich hab nichts mehr gemacht. Ich hab das dringend im Sommer Ski gefallen. Auf jeden Fall deswegen verliere ich extra bei Armut Chris. Weil der sonst genauso, der wird nicht mehr mitmachen. Und ich brauch ja einen, der ab und zu auch mal Arbeit wegnimmt. Lover ist ein Anfänger. Nächstes Lied. Ruf 110 die Polizei. Boah, das kann aus jedem... Das sagt 100 Rappers an dir. Nichts sein. 100 Rappers? Ja. Ja, ABC. Nimo, Rhin oder Olexei. Rhin. Richtig. Dankeschön. Ich wusste natürlich, dass es von Rhin ist. Ich wollte eigentlich nur Rhin nachmachen. Was war das letzte? 4-1. Oh ja. Pour moi, oui. C'est ça. Mert ist von schwatt. In Mert Runde gewinnen. Mert ist dran. Guck mal wie abgefuckt der ist. Wir hätten das als letztes spielen müssen. Ich bin konzentriert, Bruder. Wir hätten das als letztes spielen müssen. Ich bin konzentriert, Bruder. Da ist gar kein Showtime mehr, ja. Bitte, Bruder. Ich versuche mich doch zu konzentrieren. Bitte konzentrieren. Ja, okay. Ich muss konzentrieren. Ja, weil sie will das gerade die ganze Zeit vorlesen, Bruder. Musst du schon konzentrieren? Ja, natürlich muss ich konzentrieren. Weil du den Satz sonst nicht hörst. Ja, natürlich. Hey Bruder, warte, lass mich doch jetzt konzentrieren. Ja. Sunny, kannst du bitte vorlesen? Ja, ich liebe dein Gucci-Kleid. Was? Was konzentrieren? LX. Was war der erste Name? War da der geredet? Trippi Boy. Okay. Was war der zweite? LX. LX von 187. Und was war das letzte? Kapital. Ah, Kapi. Trippi, LX oder Kapi? Die anderen beiden haben schon nie mein Leben gehört. Also kann ich ja nur Kapi sagen. Ja. Lala? Ja. Welches Lied? Guck mal eins mit Sammler. Du hast alle Videos, wo du rumgeheult hast. Habe ich das gesehen, habe ich gesucht, wo du rumheult hast. Dann hast du immer rausgeschnitten. Ja Bruder, aber das war gerade schön. Das war kolossal. Das bleibt safe drin. Das richtige Holz ist, wenn du verlierst. Ja, das kann sein. Du kannst auch immer nicht verlieren. Ich kann gar nicht verlieren. Ja, ich gebe das noch zu. Ich kann nicht verlieren. Du kannst doch nicht direkt so sauer sein. Gelegenheit macht Diebe, aber davon gibt es hier viele. Von A Ratat, B Contra K oder C 187. Ich? Ja, du bist dran. Contra K. Richtig. Das höre ich immer. Ich höre an den Zeilen immer, was das ist. Oh, 5-2. Aber nicht. Und ähm, äh, Graue Wölfe. Falsch. 5-2. Bald hat Papa Geld bis zum Himmel. Bushido, Bones MC oder Luciano? Luciano. Falsch. Wie hieß das Lied? Honda Civic. Was ist das? Honda Civic. Ach krass. Was denn? Warte, woher sollen wir nicht wissen, dass das die wahre Aussprache davon ist? Nein, das ist kein deutsches Auto. Es ist kein deutsches Auto. Ey, Papst, gibt es Honda Civic? Jura. Jura. Ich chill im Pool. Ihr Tod verschwindet. Nimo, Miami Yassin oder Raf Gamora. Wie sagt niemand aus? Ich sitze im Pool, sieht der Top aus. Wer war noch? Miami Yassin, ne? Sie sind voll, ne? Der war der andere Raf Gamora, ne? Mhm. Ist der Raf Gamora? Richtig. Ahhhh. Für 500 PS. Falsch. Ist scheißegal. Du kannst keinen, wenn du verlierst, ist immer sehr anstrengend. Darf ich meine Strafe zu nehmen? Warum kannst du dich verlieren? Ich kann ver... Ey, guck mal, jetzt fängt der mit... Warum kannst du dich verlieren an? Dabei geht es um die Bestrafung. Wißt du, was ich meine? Na ja, ich ist krank sauer. Man, das sollt man auch suchen. Das sollt ihr auch suchen? Ja, versuch's. Was? Versuch's doch zu sch... Was machst du? Machst du dir alles irgendwo? Ey, warum kotzt der immer alles aus, ja? Nein! Warum kotzt der immer alles aus, ja? Hä, Merci, so kotzt du mal alles aus... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ch-ch-ch-ch-chow.